Nach der überraschenden Trennung von Trainer Sasa Djordjevic könnte der bisherige Assistent Emil Motacic Basketballer des FC Bayern bis zum Saisonende als Chefcoach betreuen. Das kann passieren, sagte Bayern-Geschäftsführer Marco Pisek im Podcast von Telekom Sport. Ich glaube, dass wir ganz genau wissen, was wir wollen. Wir haben eine Wunschkonstellation. Der ehemalige Nationalspieler Pisek wollte Pläne des Spitzenreiters der Bundesliga allerdings nicht konkreter formulieren. Wenn ich das klarer ausdrücken wollen, würde, würde ich das tun, sagte der 41-Jährige. Auch ein mögliches Engagement des kürzlich beim deutschen Serienmeister Brüssel-Bamberg entlassenen Italieners Andrea Tricieri wollte Pisek nicht ausschließen, ich schließe gar nichts aus. Der 50 Jahre alte Serbe Djordjevic war am Donnerstag von seinen Aufgaben als Cheftrainer freigestellt worden. Die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel am Samstag in Oldenburg übernahm Motacic. Der FC Bayern hatte Djordjevic im Sommer 2016 als Nachfolger von Ex-Bundestrainer Svetislav Pisek verpflichtet.